Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost in Random. Ich müsste gerade auf die Uhr, das kann ich nicht. Und wir haben ein Stück dieses Porträts gesammelt, um dem Herzog zu zeigen, dass er offensichtlich nicht das Lieblingskind ist, würde ich mal so sagen. Denn, ich meine klar, er ist im Arm des ehemaligen Königs, aber wobei, die Hand hier liegt auf dem Kopf von der Baroness und diese Hand liegt auf der Schulter vom Grafen. Dementsprechend ist das ganz klar, der Herzog ist der Beliebtere von den Dreien. Nein, habe ich nicht. Rede nicht mit mir. Rede nicht mit mir. Nein. Und dann geht es nämlich auf ins... Wir müssen auch noch die... Oh mein Gott. Hey, buddy. Dich habe ich schon was vergessen. Stimmt, ich wollte wegen dir den Krieg beenden. Droh mir nicht. Well, I never threaten. I promise. And I promise you, if you double cross me or disappoint me in any way, burn, you will die. You will live to regret it. But that living part will be ever so brief. Meine Güte. Also, hör mal. Ich soll den Krieg beenden. Das geht nicht mal eben so auf die Schnelle. Musst du ja auch ein bisschen Zeit lassen. Ich finde den Soundeffekt. Seine, 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 seine... Das finde ich so gut, wenn der redet. Wir müssen in dem Königreich des Herzogs, müssen wir das Gefängnis finden. Oder den, 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 den... Äh, den Kerker. Irgendwo soll der sein. Schönen guten Tag. Wo ist aber das Bild, von dem du geredet hast? Wir müssen hier gleich noch würfeln. Sehe ich dieses Bild, wo... Eine Hälfte fehlt irgendwo? Ne, ne? Gut. Oh, ist das, was ich denke, es ist? Ja. Ja, ja, das ist die Pfeil. Und ich kenne nicht das, was ich schaue. Es war meine pre-Wig-Pereide, meinst du? Aber ich... Warte ein Moment. Wir sitzen alle in seinem Lapp. Aber... Aber das bedeutet... Daddy... ...loved uns alle gleich? So wie ein Vater das sollte. Ah, well, I suppose I did. Even if the painting was a disappointment. Hmm. Here, have this worthless thing. Worth a fortune to a commoner like you, and I'll hardly notice its absence. And don't let anyone say the nobility isn't as kind as it is cake-filled. Habe ich noch nie gehört. With a memento of the Duke in her hands. Oh, das ganze Familie-Porträt haben wir jetzt bekommen. Then was one step closer to being able to trigger Nishka's memories of that fateful night. Dann würde ich sagen... Wir würfeln mal... Ging's da hinten noch weiter? Warte mal, bevor ich jetzt würfle, ging's da hinten noch weiter? Wir suchen ja auch noch den... Ach nee, da geht's nicht weiter. Wo ist denn aber der... Wo... Das... Das... Das Gefängnis? Hm... Ah, ich glaube, da werden wir noch hinkommen, wenn wir in den nächsten Abschnitt gehen. Und dafür würfeln wir jetzt. Wünscht mir Glück. Ich wollte gerade sagen, wenn die mal zustechen, würden die vielleicht doch mal Schaden anrichten. Das ist ne Pose. Das sind mehrere. Ich dachte, es wäre nur einer. Dann will ich aber erstmal hier lang. Da geht's jetzt nämlich ins Gebiet der Baron... Vorbei. Vorbei. Da war noch ein spannender Ohr. Da. Der klang noch spannend, der Ohr. Der da hinten lang war. Ich meine, da kommen wir auch zur Baroness. Das war das Ding. Da war... Es ging in beide Richtungen. Lauf. Even, lauf. Da komm ich noch nicht lang? Wieso komm ich noch nicht lang? Da ging's auch zur Baroness. Ich will zur Hügel der wilden Karten. Wieso komm ich nicht durch? Ja. Okay. Ich glaube... Ja, aber ich wollte da hinter... Okay. Ich komm's nicht... Ich komm nicht ins Gebiet der wilden Karten. Das klingt lustig. Und ich warte ja erstmal mit den Erinnerungsstücken. Da können wir uns aber noch hin teleportieren zur Not. Wir haben jetzt eins von drei Erinnerungsstücken. Oh mein Gott. Was bietest du an? Die finden wir schon mal richtig guter... Helmut, geh recht. Was bietest du an? Everything. Well, most everything. Look, I've got a great selection that you won't find anywhere else. Mainly because everywhere else has been destroyed by the war. It's bad for most, but it's great for me. I mean, it's great for you. Because of the deals. The deals. Okay. Ich habe nur mit meinem zweitbesten Freund... Nein. Oh, sure you do. And if you don't, you will eventually... Everyone comes to trade with me. Everybody needs something. I've got something for everyone. You darn. Whatever goes the way you expect, does it? All at the whim of a dice roll. Hey, kid. You want to hear a story? Ja, natürlich. Ich liebe Geschichten. Oh, good. You're showing an old soldier kindness, kid. There's a saying in Freetown. Bad luck comes in threes. Well, it was right. I was there in the first battle. The first time the triplets fought. Right after the king died. It was savage. The triplets. I didn't hold anything back. It was as fierce and as destructive as a dice. Makers own fury. And when it was over? Well, that's just it, isn't it? It never ended. We're still fighting those same battles. Every day. And me? I'm just about out of fight. Life never goes the way you expect, does it? All at the whim of a dice roll. Der Würfelmacher? Von dem haben wir noch nie gehört, oder? Everyone is looking for someone here. Me? I'm looking for my brother Henry. Lost him somewhere in the Duke territory. Or running away from the machines. I'm sure he's alive, though. I see him in my dreams. Though he doesn't see me. Stay safe out there, kid. Das ist auch einer der Gründe, weswegen ich erstmal noch weitergehen möchte. Weil wir haben offensichtlich immer Quests, die in den anderen Gebieten auch stattfinden. Was ist das da oben? Und wenn ich einmal alle Gebiete besucht habe, dann kann ich... Okay, wo komme ich jetzt hier raus? Wo bin ich? Schönen guten Tag. Ah, ich habe den Grafen getroffen. Du hast? Describe ihn zu mir. Er ist zugleich die faulste und mächtigste Person. Er möchte jeden Aspekt des Lebens und von uns genüssen. Er ist sanft und verhätschelt. Unglaublich. Dankeschön. All diese Information hilft, meine Strategien zu werden, dass ich noch mehr unstoppender geworden bin. Bitteschön. Okay, aber dann, wenn wir jetzt eh gerade hier sind, war nicht geplant. Ich bin ganz ehrlich, das war nicht geplant. Dann können wir hier auch mal ganz kurz zurückgehen und die... den Gegenstand abgeben. Das ist ein Entwurf des Schicksals, dass wir jetzt hier nochmal zurückgehen. Das ist garantiert ein Entwurf des Schicksals. Ich habe noch ein Gegenstand. Nein, habe ich nicht. Okay, soviel zu dem Thema. Na gut. Ich dachte, dass wir jetzt schon einen Stritt der Geschichte erfahren, aber das war ja jetzt nichts Neues. Naja. Auch Würfel können sich mal irren. Nicht die Würfel der Königin, aber Würfel im Allgemeinen. Und beim Herzog ist der... ist der beruht. Aber nein, wir gehen jetzt erstmal zur... zur Baroness. Was für ein Krieg ist das, wenn eigentlich eh nur die Roboter kämpfen? Warum sterben dann Leute in diesem Krieg? Was für ein neues Kurs! Kurs später. Kurs später. Kurs! Die spawnen übrigens neu, diese... ähm... Fisch-Packungen mit Münzen drinne. Wenn man das Spiel neu startet, sind die neu gespawnt. Das heißt, prinzipiell hat man unendlich von diesen Münzen. Ich will für Ruhm und Ehre kämpfen. So ist das im Krieg. Es gibt nur einen Weg. Ich werde mir meinen Namen machen. Pünktchen? Ich... Du hast einen Namen. Genau, kleiner. Äh... Ich werde... Was... Was machst du, Mr. Pünktchen? Ich habe mit meinem Vater als Schuhflüger gearbeitet, aber jetzt pflücke ich nur noch für Ruhm und Ehre zusammen. Okay. Selle der Kämpfstruck. Wie er sagt, dass nur ein Drilling und Recht ist, aber niemand ist sich eigentlich, wer es ist. Ich habe mit vielen Leuten in den Schlüsselnkrebs gesprochen. So ist es schön, da gibt es das auf jeden Fall. Ich möchte mich nicht entscheiden. Für keinen. Kämpfe nicht für irgendwen. Kämpfe für Pip. Das ist richtig. Oder die Königin. Kämpfe für Pip? Pip, ich verstehe diesen Krieg und diese Stadt nicht. Ich bin hier, weil ich mit meiner Schwester entführt wurde. Pip, wir müssen alle unseren Leben finden. Deinen Weg kenne ich leider nicht, aber ich kenne meinen. Oh, ohne sie bin ich nur eine halbe Person. Ich liebe sie. Oh, ich liebe sie. Ich werde erst aufhören, wenn ich wieder zusammen sind. Und ich kämpfe für uns. Wow. Vergiss dir drinnen, kämpfe für Pip. Für den Pip, den er sein möchte. Kämpfe für niemanden. Oh. Kämpfe für Pip. Es war unglaublich, dass mein Leben mit deinem Gespräch verändert. Es ist aber eindruckend. Ich werde nach Hause gehen und überlegen, wie ich noch zu Ruhm und Ehre kommen kann. Und nächstes ist mein Name Pimp Pünktchen. Es wird dir gefallen, was du hörst. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe die falsche Entscheidung getroffen. Ich bin zu viel getrunken. Ich werde bald sterben und sterben. Ich fühle mich schlecht daran. Aber jetzt fühle ich mich gut daran. Na, Kind, ich fühle mich diese Tage keine Angst. Hehehehe. Das ist schon eine Geschichte. Das ist schon düster. Das ist eine richtige Aussage. Was ist mit Schuhen? Brauchst du Schuhe, oder was? Okay, er braucht Schuhe. Ich kann jetzt erst mal Münzen auf die Augen legen. Aber vielleicht legt er sich Schuhe auf die Augen. Wer weiß das schon. Wer weiß schon, was er so macht in seiner Freizeit. Grinsen, Katze? Nein. Fenster. Oh. Oh Gott. Oh Gott, Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Ich möchte an dir vorbei. Lass mich an dir vorbei. Da ist ein Kind. Eines der verlorenen Kinder. Von Peter Pan. Ich bin mir relativ sicher, dass ich hier ein bestimmtes Muster schießen muss und nicht einfach wild drauf losballern kann. Schönen guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ronny Radau. Geiler Name. Willkommen bei Krieg. Das ist ja so, was ich gerne zu hören. Wie viel besser als den tranquillen Bruder. Lass uns beginnen, mit einem Zupen-Zupen-Zupen-Zupen. Okay. Das ist das, was ich liebe, zu hören. Als wir uns das nögenzulegen, laisset uns verleitert. Wir haben das vorsichtig. Krieg. Die Krieg, die sich sich zu retten, die Jungs-Zupen-Zupen-Zupen-Zupen-Zupen-Zupen-Zupen. Das klingt sehr logisch. Was? Was? Ich habe noch nie so etwas Tolles gesehen. Ich habe noch nie so etwas Tolles gesehen. Nein! 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 Ich habe noch nie so etwas Motivation. Die Warriors brauchen Motivation? Nein! Motivation ist für Actors! Aber sie brauchen Battlezone Inspiration! Battlezone Inspiration. So think of who you're fighting for. Is it Glory? Nein! Is it one of the triplets? Nein! You're fighting for WAR! Because WAR needs Warriors! And Warriors need WAR! So every WAR you war yourself into is a new WAR for Warriors! Have I said WAR enough that the word WAR no longer has any WAR meaning? Ja! War! Gott, du bist... ... ... even wondered what she'd been caught up in. Oh, but at least she felt motivated. Krieger brauchen keine Motivation. That concludes the Warriors workout! Erzähler, du hast nicht aufgepasst. Krieger brauchen keine Motivation. Motivation ist etwas für Schauspieler. Okay, was ist jetzt hier los? Okay. TikTok. Du hast scharf Geschossen freigeschaltet. Okay. Ich habe eine Märchenbuchseite gefunden! Yay! Aber apropos, wie sieht's da eigentlich aus? ... in der Map. Nein, in der Map. Nein, in der Map. Nein, in der Map. Ach! Oh Gott, wo ist die Map da? Wir haben eine Märchenbuchseite gefunden. Wir haben eine von acht Karten und eine von sechs Nebenquests. Ach du Schande! Äh... Hier ist ein Spinnengondel und da ist auf jeden Fall noch eine Quest. Hier ist auf jeden Fall noch irgendwas anderes. Hier hinten... Ich habe keine Ahnung was... Das ist... Okay. Ich gehe ja schon weiter. Willst du einen Spinn fangen? Ich weiß, dass du das machst. Ich weiß, dass du das machst. Kriegen wir jetzt einen Motivationsschub? Kriegen wir jetzt plus zwei auf allen Schaden? Hügel der wilden Karten. Haben da ein Pfeil geflogen? Da kommen Pfeile geflogen. Herzögen, pass auf. Du stehst da oben auf dem Schlachtfeld. Die steht wenigstens mal im Schlachtfeld, sozusagen. Die Baroness lebte an der wilden Kartenhalle. Ein Trainingsplatz für Krieg. Und ein Haus für Kriegern. Es war nicht ein Ort für Kinder. Aber dann habe ich sogar gedacht, welche Teil der Freiheit war das? Auch wieder wahr. Halt' Tasse. Zum Glück bin ich glücklicherweise ausgewischt. So. Möchtest du mir helfen, Manny? Vielleicht. Ich bin ausgeweicht. Gott, können die weit laufen. Volles Blatt. Ich kaufe ein Schwert. Und ich würde sagen, ich kaufe gleich noch ein Schwert. Dann pinne ich dich an. Und ich pinne... Oh, gefällt mir das auch schön. Den pinne ich auch an. Gott. Gott. Was? Ihr schützt euch geg... Ah, 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 ah. Ihr schützt euch gegenseitig, ihr Schweine. Manny Decks, haha. Du hast ein neues Auto aus alten Manny Decks. Brauche... Oh, ne 3. Sehr schön. Blinzelangriff ist sehr schön. Heilung ist aber auch sehr schön. Ich nehme erst mal Heilung. Und Christallfluch. Ich nehme lieber Blinzelangriff. Und dann nehmen wir einfach mal noch eine Heilung. Dann nehmen wir nämlich den anderen auf. Okay. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass ich immer noch wenig Schwerte habe. Aber das macht nix. Und wir töten ihn einfach mit Blinzelangriff. Okay. Gut, gleich Blinzeln. Okay, warte mal mein Freund. Da kann ich ja gar nicht ab, dass hier Leute mich von hinten angreifen. Ich möchte dich anpinnen. Dich nutzen wir. Dich nutzen wir. Ich nehme zwei Schilder. Vielen Dank. Und dann pinne ich auch noch dich an. Jetzt habe ich natürlich immer noch keine weitere... Oh, warte mal. Ich habe ja Kristallschaden. Wuhu. Oh. Na komm, komm, komm da. Dankeschön. Dankeschön. Geht der Kampf noch weiter? Oh ja. Oh ja. Ich hätte gerne, dass alles günstiger wird. Ich könnte es noch einmal günstiger machen. Aber wir machen... Wir heben uns eine günstiger auf. Und dann können wir nämlich hier den Schattenmann und den Bogen. So. Das hat richtig Damage hier mit den... Kristallfluch. Und der Bogen. Oh, warte. Du bist wirklich großer junger Paderwan. Komm mal her. Zeig mir mal den Kristall. Ah, was? Du lädst noch? Okay. Das ist mir gerade ein bisschen zu viel, was hier los ist. Erstens. Ich möchte gerne alles einmal günstiger haben. Und dann möchte ich gerne das Schild wieder haben. Heilung brauche ich nicht. Das pinnen wir mal an. Und dann nehmen wir wieder das Gift. Hat das jetzt doppeltes Gift? Ich habe auch noch sieben Pfeile. Du bist mir ein bisschen sehr groß. Sehe ich irgendwo ein Kristall bei dir? Da unten. Da unten. Okay. Haha. Okay, das war der Bogen. Oh, das ist eine gute Karte. Aua. Das ist keine gute Karte. Da ist nämlich wieder Blinzeln dabei. Drei. Sehr schön. Dann möchte ich gerne... Zum einen möchte ich gerne mich heilen. Dich möchte ich nutzen. Und dann pinnen wir einen von denen an. Okay. Weiß nicht, ob der Kristallfluch noch an ist. Nein. Aber ist egal. Au, was? Das mit dem... mit dem Blinzeln ist richtig gut. Der Schaden beim Blinzeln ist richtig gut. Ich möchte... Kristallfluch ist halt auch mächtig. Und das Schwert. Sehr gut. Weil ich jetzt halt, wenn ich diese Kristalle kaputt mache beim Blinzeln, sehr, sehr viel Schaden anrichte. Oh. Sooo. Ich möchte alles wieder günstiger haben. Und dann möchte ich gerne mein Schwert verbessern. Und ich möchte den Bogen wieder haben. Und dich bin ich an. Okay. Du bist fast tot. Ins Auge! Viererlanze! Jawoll! Sehr schön, sehr schön. Ist das das Training gewesen? Ist das jetzt das Training gewesen, auf das wir jetzt wirklich eine Kriegerin sind? Boah! Boah! Oh, da kommt der gar nicht lang. Ich möchte nochmal ganz kurz gucken. Nicht, dass hier unten was übersehen habe in dem... Gebiet, in dem ich einfach durchrennen musste. Aber das sieht nicht aus, als wäre hier noch irgendwas. Was? Ja, da komme ich nicht weiter. Pass auf, dann, ähm, gehen wir ganz... Doch, warte mal. Hey. Oh, nur mehr. Wollte ich gerade sagen. Was hast du denn für Karten? Was hast du denn für schöne Karten? Ich meine, ich habe ja 900 Geldanheiten, da können wir ein paar Sachen kaufen. Ich möchte... Ich möchte blinzeln, finde ich halt richtig gut. Schmiede blinken. Das ist okay. Da würde nichts... Nee. Aber die Lanze ist natürlich nicht schlecht, ne? Ich kaufe mal noch die Lanze. Zweimal. Und dann können wir jetzt Risiko, Risiko oder Joke haben. Hm, Risiko. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Säurekanone. Ein alter Kanone aus dem kleinen Würfelkrieg kommt ins Spiel und verschießt Säurepfeile. Was auch 30 Sekunden aus dem Spiel entfernt. Das klingt lustig. Und dann kaufe ich noch ein Schild. Für 100. Für 100 könnte ich noch was kaufen. Haben wir noch irgendwas, was noch 101 kostet? Okay, gut. Gut, gut, gut. Wir haben also offensichtlich... Oh, das ist halt... Das klingt schon lustig. Was nehme ich denn dafür? Der Kristallfluch ist halt mächtig. Blinzlerangriff ist super mächtig. Hante Schattenmanns... Ja... Ist nett. Vor allem, weil es mit dem... Ist schon sehr... Gerade, weil es mit der Schleuder auch funktioniert. Das ist halt auch richtig gut. Zeitfalle... Komm, stell dir mal die mal weg. Und dann nehmen wir jetzt mal das damit dazu. Ja. Bald brauche ich auch den Segen des Würfelspielers nicht mehr so wirklich. Denn ich habe ja jetzt schon bis zu drei, ähm, äh, Augen. Und dann kann ich ja hier noch weiter Kartentokens bekommen. Das brauche ich eigentlich schon langsam gar nicht mehr, ne? Ich nehme mal die Lanze dazu. Einfach, damit wir sie dabei haben. Gut. Gut, gut, gut. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und beim nächsten Mal gehen wir zur Baroness. Tschü Tsch Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonienchen. Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da! Danke.